Gut, wir starten heute eine neue Serie von Botschaften und für mich ist immer so begeisternd, wenn wir was Neues starten. Aber bevor wir das tun, begrüßen wir alle hier, wenn du zum ersten Mal da bist. Wir freuen uns sehr, wenn du zum 101. Mal da bist, freuen wir uns auch sehr. Und wenn du zu Hause zum ersten Mal dabei bist, freuen wir uns auch. Geben wir den Leuten zu Hause bitte einen kräftigen Applaus und zeigen wir ihnen unsere Freude. Ja, wenn du uns noch nicht so gut kennst, drei Dinge musst du wissen. Erstens, bei uns dreht sich alles um Jesus. Jesus ist im Zentrum von allem, was wir hier tun, allem, was wir sagen, wie wir denken. Das führt mich zum zweiten Punkt. Wir denken biblisch über alles. Unsere finale Autorität ist Gottes Wort und wir predigen hier in Serien. Heute werden wir wieder das Abendmahl feiern. Die Kommunion, das ist das Fest, der Tisch des Herrn, wo wir uns daran erinnern, was Christus für uns am Kreuz getan hat. Als er unseren Platz eingenommen hat, als er unsere Schuld bezahlt hat, für unsere Sünden bezahlt hat, unsere Schuld getragen hat. Und heute endet auch die Olympiade, also die Olympischen Spiele. Ich habe ja das schon gewusst, aber ich wurde erinnert daran, die Olympiade ist eigentlich die Zeitspanne von einer zur nächsten. Das heißt, man lernt dazu oder man wird erinnert. Aber heute enden die Olympischen Spiele und ich bin sehr stolz auf einige Spitzensportler, die nicht nur gut abgeschnitten haben, sondern die auch durch ihr Verhalten, durch ihr Nicht-Mitmachen bei gewissen Zeremonien, ihr Kreuzherd zeigen, obwohl ihnen gesagt wurde, sie müssen es unterm T-Shirt tragen. Haben einiges doch hergezeigt und ich bin sehr stolz auf sie, ganz besonders auf meinen Lieblings-Tennis-Spieler Novak Djokovic, der wieder allen gezeigt hat, wer der Beste der Welt ist und das Kreuzherd gezeigt hat. Und er hat gesagt, in erster Linie bin ich orthodoxer Christ und zweitens bin ich ein Tennis-Profi. Das sind klare Worte und das ist, wofür wir stehen, für Jesus Christus. Amen. Und wenn die Olympischen Spiele in Frankreich sich so präsentieren können und darauf auch noch stolz sein wollen, dann sind wir besonders stolz für das wahre Abendmahl des Herrn, dass er mit seinen zwölf Jüngern, seinen zwölf Aposteln gefeiert hat und gesagt hat, wir sollen das auch tun, in Erinnerung daran, was er am Kreuz für uns tun würde, nämlich für unsere Sünden zu sterben. Die heutige Serie, die wir starten, die geht wahrscheinlich vier Wochen und wir nennen sie Halbwahrheiten. Halbwahrheiten, ich war auch versucht, sie zu nennen fast wahr. Wer weiß, wenn etwas fast wahr ist, sollte man genau hinschauen, denn etwas, was fast wahr ist, ist nicht wahr und Halbwahrheiten sind eben auch nicht wahr. Es gibt in unserer heutigen Zeit so viele Überzeugungen, so viele Meinungen, so viele Glaubenssätze, so viele Vorstellungen und so viele Wahrnehmungen, Dinge, die wahr klingen, aber überhaupt nicht wahr sind. Sie klingen nicht nur wahr, sie fühlen sich auch für viele Menschen wahr an. Aber ich kann dir sagen, nur weil etwas wahr klingt oder sich wahr anfühlt, macht es das noch lange nicht wahr. Wer weiß, dass das stimmt? Wer hat gewusst, einer der größten Lügner unserer Zeit sind unsere Gefühle? Warum vertrauen wir auf Gefühle nicht? Weil Gefühle schlecht sind? Nein, Gefühle sind nicht schlecht. Ich bin verliebt seit 35 Jahren, Gefühle sind ziemlich cool. Aber Gefühle sind nicht die Wahrheit. Gefühle kommen, Gefühle gehen, Gefühle sind oben oder unten oder in der Mitte. Wir leben nicht nach Gefühlen. Wenn wir nach Gefühlen leben, dann kommen wir ganz schnell ins Strudeln im Leben. Wer weiß, was ich meine? Gefühle sind nicht unser Gradmesser, sondern die Wahrheit. Nämlich unser Nordstern ist unser Navigationssystem, das Wort Gottes. Und ich möchte dich warnen, ich möchte dich liebevoll warnen, wenn dir diese Serie nicht gefällt und du irgendwie dich dagegen sträuben möchtest, irgendwie abwehren möchtest, irgendwie denkst, naja, da traut er sich schon sehr viel, dann ist diese Serie genau die richtige für dich. Du brauchst sie am allermeisten, wenn dich das stört, was ich sage. Damit nicht jeder gleich depressiv ist, lass uns mit einem Spiel beginnen. Wer möchte ein Spiel spielen heute? Spielen wir ein Spiel? Okay, drei von euch, ich spiele es trotzdem mit allen. Ich erzähle euch jetzt vier Dinge, davon sind drei wahr und eines ist gelogen. Das heißt, ich lüge euch heute an, okay? Es ist okay? Ich erzähle euch jetzt eine Lüge im Heiligen Geist. Darf ich das? Weil es eine Predigtillustration ist, okay? Dann darf man lügen. Nein, Spaß. Aber ich gebe euch jetzt vier Sätze und ihr dürft es dann raten, es dürfte nicht allzu schwer sein. Drei sind wahr, eine ist eine Lüge. Das Erste, die Nacht vor meiner ersten Predigt habe ich keine einzige Minute geschlafen und obendrauf noch das Bett genässt. Erstens. Zweitens. Ich habe meinen ersten Marathon im Alter von 44 Jahren bei minus 41 Grad Celsius absolviert. Drittens. Christi und ich haben vor unserer Hochzeit gesagt, dass Sex so viel Spaß hat. Macht, wollte ich sagen. Das wirkt, heute seid gut drauf, oder? Ist unglaublich, was ist los mit euch heute? Wenn man dir Sex nicht Spaß macht, dann reden wir mal, ja? Dass wir genau sechs Kinder haben wollen und es sind genau sechs Kinder geworden. Und der vierte Satz. Nach einer weniger guten Predigt von mir werde ich richtig depressiv und stopfe mich mit Süßigkeiten voll. Okay. Der erste Satz, ist der richtig oder falsch? Die Nacht meiner ersten Predigt habe ich keine einzige Minute geschlafen und obendrauf das Bett genässt. Absolut richtig. Ich glaube, es waren sogar drei Nächte. Aber es war mindestens eine und das Bett war durch und durch nass und nicht nur von Schweiß. Zweitens. Ich habe meinen ersten Marathon im Alter von 44 Jahren bei minus 41 Grad Celsius absolviert. Stimmt auch. Ich habe ihn fast nicht überlebt, aber ich habe es geschafft. Der dritte Satz. Christi und ich haben vor unserer Hochzeit gesagt, dass wir genau sechs Kinder wollen und es sind genau sechs geworden. Ganz genau richtig. Nach einer weniger guten Predigt werde ich richtig depressiv und stopfe mich mit Süßigkeiten voll. Das stimmt überhaupt nicht. Ich hasse Süßigkeiten. Wenn du mir Freude machen möchtest, bitte nichts Süßes, außer es sind Mondkipferl oder sowas. Aber ansonsten bin ich nichts für Süßes. Okay. Also, es gibt in dieser Welt Wahrheiten und es gibt Lügen. Und das wirft jetzt die Frage auf, was ist Wahrheit? Und das ist dieselbe Frage, die Pilatus dem Jesus gestellt hat, als die jüdischen Führer Jesus töten lassen wollten. Lesen wir das im Johannes 18, Vers 37 bis 38, da steht, da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König. Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein und dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit, sagte Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Ein anderer Vers, also eine andere Übersetzung in Vers 37 sagt, wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Was ist Wahrheit? Und das ist eine der wichtigsten Fragen, mit der wir heutzutage zu tun haben, die wir heutzutage zu beantworten haben und vor allem in unserer Gesellschaft, in der wir heute leben. Was ist Wahrheit? Und wir werden jetzt das Wort Wahrheit definieren und ich werde eine Definition in den Raum werfen, die man in Wirklichkeit nicht abstreiten kann, die in Wirklichkeit nicht widerlegbar ist und auch allgemein unter vernünftigen Menschen akzeptiert wird. Hier ist sie. Lesen wir es gemeinsam. Die Wahrheit ist absolut, beständig und wahr für jeden, überall und zu jeder Zeit. Lesen wir das bitte gemeinsam. Die Wahrheit ist absolut, beständig und wahr für jeden, überall und zu jeder Zeit. Ich sage, wir lassen es einmal so stehen und lassen uns darüber reden. Und trotzdem verwechseln viele Menschen, besonders heute, in der heutigen Zeit, Wahrheit mit Wahrnehmung. Wahrnehmung ist nicht Wahrheit. Nur weil du etwas wahrnimmst, heißt das noch lange nicht, dass es Wahrheit ist. Mein guter Freund der Michael hat von mir vor ein paar Wochen gesagt, er sieht uns als Oase der Wahrheit, in einer Wüste der Lügen. Ich liebe das. Danke für diesen Input. Wahrheit. Wahrheit oder Wahrnehmung. Da ist ein großer Unterschied. Wahrheit ist absolut. Aber unsere Sichtweisen, unsere Perspektive, unsere Wahrnehmungen sind unterschiedlich. Du nimmst die Welt anders wahr als ich. Wir haben andere Sichtweisen, andere Perspektiven. Und die Herausforderung ist folgende. Wenn wir die Wahrheit mit unserer Wahrnehmung verwechseln, dann beginnen wir möglicherweise zu glauben, zu denken, dass Wahrheit relativ ist, dass Wahrheit subjektiv ist und dass Wahrheit sich mit Zeit auch verändert. Und wenn wir das glauben, dann denken wir vielleicht, das was für dich wahr ist, muss für mich nicht wahr sein. Daher, weil ich meine eigene Wahrheit habe, darf ich meine eigene Wahrheit bestimmen und du darfst nichts gegen meine Wahrheit sagen. Ist das in der heutigen Zeit verbreitet? Ja oder nein? Die Logik lautet also, wenn etwas für dich richtig klingt, wenn sich etwas für dich richtig anfühlt, dann muss es wahr sein, dann muss es meine Wahrheit sein. Und das ist so populär heute, nicht wahr? So populär zu sagen, sprich deine Wahrheit, lebe deine Wahrheit, stehe zu deiner Wahrheit. Deine Wahrheit ist deine Power. Deine Wahrheit ist, wer du wirklich bist. Und ich sage nur Pfui, 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 Pfui. No, 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 no. Was ist, wenn deine Wahrheit eine große Falle ist in deinem Leben? Ein Trugschluss. Etwas, was dich in die falsche Richtung führt. Was ist, wenn deine sogenannte Wahrheit eine Falle ist? Wenn deine Wahrheit nicht wirklich die wirkliche Wahrheit ist, dann ist deine Wahrheit eine Falle. Es ist so einfach zu glauben, dass unsere Wahrnehmung, unsere Sichtweise die Wahrheit sein muss. Im Sprüche 14, Vers 12 steht, Mancher wehnt sich auf dem richtigen Weg, doch am Ende führt er ihn in den Tod. Lesen wir das gemeinsam, bitte laut. Mancher wehnt sich auf dem richtigen Weg, doch am Ende führt er in den Tod. Das heißt, es gibt heute Menschen, Menschen wie du und ich, die glauben, auf ihrem eigenen Weg der Wahrheit, ihrem richtigen Weg zu sein. Und sie befinden sich tatsächlich auf einem Weg, der zur Zerstörung führt. Ja, nein, nein. Hundertprozentig. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, wir haben unsere Wahrheit. Hauptsache es macht dich glücklich und alle sind happy. Und das Ergebnis ist eine Gesellschaft, wie wir sie heute haben, wo wir gar nicht mehr ein und aus wissen. Wo einfach fast schon Anarchie herrscht, wo niemand mehr weiß, wo oben oder unten ist. Da sind wir fast schon angekommen. Und wenn es so weitergeht, wenn wir weiterhin solche Leute oben haben, weder hier oder Amerika oder überhaupt in der Welt, wann weiterhin solche Menschen am Ruder sind, dann wird unsere Welt ganz blöd ausschauen in wenigen Jahren. Und das ist die Wahrheit. Wir brauchen rein weltlich gesehen dringend Veränderung. Denn wir sind von Menschen regiert, für die die Wahrheit nicht oben steht. Da steht was ganz, ganz anderes oben. Und Wahrheit ist entscheidend. Mancher wehnt sich auf dem richtigen Weg, doch am Ende führt er ihn in den Tod. Es scheint richtig, es fühlt sich richtig an, aber nur weil es sich richtig anfühlt oder richtig scheint, ist es noch lange nicht wahr. Reden wir heute über vier Wahrheiten über die Wahrheit. Vier Wahrheiten über die Wahrheit. Wahrheit Nummer eins, die haben wir schon ein bisschen angeteased. Nur weil du etwas glaubst, ist es noch lange nicht wahr. Sagen wir das gemeinsam. Nur weil du etwas glaubst, ist es noch lange nicht wahr. Menschen glaubten Jahrtausende, dass die Erde flach ist. Dann sind sie drauf gekommen, dass sie rund ist. Und vor kurzem sind sie wieder drauf gekommen, dass sie vielleicht doch... Spaß. Aber wenn du glaubst, die Erde ist flach, bitte pass auf, dass du nicht runterfallst, okay? Ich sage nur. Aber es gibt auch wieder eine Rückkehr zu dieser Meinung. Aber natürlich dann aufpassen, nicht runterzufallen, bitte. Stell dir vor, du steigst in ein Flugzeug ein. Und die Stewardess sagt, unser Pilot ist heute ausgefallen. Es sind sogar beide Piloten ausgefallen. Aber wir haben Glück, es hat sich gerade ein Passagier angeboten, der gesagt hat, er würde gerne das Flugzeug fliegen. Er fühlt sich heute als Pilot. Was würdest du tun? Nicht mitfliegen, oder? Ich fühle mich heute als Pilot. Weißt du, es ist so absurd. Man kann sich heute als Notenständer fühlen, als Feuerhydrant. Und man kann heute alles denken, aber ich sage dir, egal ob du dich als Feuerhydrant fühlst oder nicht, du bist kein Feuerhydrant. Sind wir da einer Meinung, ja oder nein? Das ist absurd. Und die Absurdität, liebe Leute, öffnet die Augen. Zu mir kommen immer mehr Menschen. Ich bekomme jetzt sogar E-Mails, die sich bei mir bedanken, dass ich immer den geraden Weg gegangen bin. Durch die letzten viereinhalb Jahre, dass ich nicht nach links, nach rechts geschaut habe. Die sich entschuldigen bei mir. Die zu mir sagen, Karl-Michel, du hattest recht. Und frage meine Frau, ich bin in vielen Dingen nicht recht, aber in manchen Dingen hatte ich recht. Also privat habe ich nicht immer recht. So bei euch schon habe ich immer recht. Und die sagen, hey, es ist fast nicht mehr zum Übersehen. Wer jetzt noch nichts sieht, wie absurd die Gedanken dieser Woke-Bewegung, dieser linksradikalen, lasst uns alle lieb haben und wir sind so übertolerant. Wer jetzt noch nichts sieht, dass das sowas von absurd und böse ist, der ist fast nicht mehr zum Helfen. Wir müssen nur die Augen aufmachen. Ich meine, das, was bei Olympia passiert ist, liebe Freunde, Ungläubige haben mich angerufen. Sagen, jetzt geht es gar nicht mehr. Jetzt bin ich vorher auf deiner Seite. Jetzt reicht es. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und die Leute glauben, sie können auf der einen Seite über Toleranz reden, lass uns alle lieben, lass uns alle akzeptieren. Aber wenn es um den christlichen Glauben geht, tun sie genau das Gegenteil. Das nennt man in der Fachsprache Heuchelei. Was in dieser Welt um Politik geheuchelt wird, das passt auf keine Kuhhaut mehr. Das ist von der Hölle, das ist teuflisch, das ist nicht zum Übersehen. Denn vor viereinhalb Jahren, vor vier Jahren, vor drei Jahren konnte man noch sagen, nein, wir wissen nicht, ob sie es gut mit uns meinen oder nicht. Aber wenn du jetzt noch glaubst, sie meinen es gut mit dir, dann ist dir nicht mehr zum Helfen. Ich beruhige mich vielleicht gleich. Vielleicht. Du würdest nicht in ein Flugzeug fliegen, wo ein Passagier sagt, ich fühle mich als Pilot, oder? Und wenn du eine Notoperation brauchst und jemand kommt in ein Operationssaal und der als Chirurg verkleidete Mensch sagt zu dir, ich bin zwar kein Chirurg, der Chirurg ist heute ausgefallen, aber ich fühle mich heute als Chirurg. Lass mich mal probieren. Dann wirst du sagen, dir geht es noch? Du kannst dich hundertmal so fühlen, glauben, an Dachschaden haben. Du bist kein Chirurg, du bist kein Pilot. Und wenn der Koch ausfällt und der Kellner einspringt, das geht vielleicht gut, aber wenn der Kellner zum Koch geht und sagt, hey, ich fühle mich heute als Koch, wird der Koch hoffentlich hinausschmeißen, oder? Bleib du beim Kellner und ich weiter kochen. Freunde, wir leben in einer Zeit, die hätte ich vor zehn Jahren so nicht kommen sehen. Ich bin ganz ehrlich. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, was Menschen tun. Ich möchte, dass ihr aufwacht. Ich möchte, dass wir aufwachen. Da geht es nicht um politisch links, rechts oder Mitte, da geht es um Wahrheit. Und wie ich am Freitag gesagt habe in meinem Video, vor 30, 40 Jahren war alles noch ganz anders. Da gab es auf der einen Seite, in Österreich zumindest, gab es Rot, auf der anderen Seite gab es Schwarz, richtig? Und die Roten waren halt für die Arbeitnehmer, für die Angestellten, damit es den normalen Menschen gut geht. Und die anderen waren halt für die Unternehmer und die Betriebsler, richtig? Für die Unternehmer. Da war keine Moral oder irgendwo, dass man da andere Themen reingezogen hätte. Und heute will der Staat über meine Familie bestimmen, über meine Sexualität, über meinen Körper, was ich mir da reinschieße oder nicht. Nein, nein, nein. Ich gehöre Gott. Ich bin ein Tempel Gottes. Ich gehöre ihm. No freaking way. Wir müssen aufstehen. Ich sage dir ehrlich, ich bin enttäuscht von manchen meiner Pastorenkollegen und Kolleginnen. Kolleginnen kenne ich keine, aber es gibt auch welche. Ich bin ganz ehrlich, ein Pastor ist ein harter Mannjob. Ich sage es ganz, wie es ist. Wenn du Pastor sein willst, brauchst du eine dicke, dicke, dicke Haut. Und ich habe eine Frau, die ist ganz, ganz dick, dick bei mir. Aber auf jeden Fall, ich bin enttäuscht. Eigentlich nicht überrascht, aber irgendwie denke ich mir, was ist los? Und ich sage dir, was mich ganz nachdenklich stimmt, ist Folgendes. Ist Folgendes. Nämlich, ich bekomme E-Mails, wo sich Leute jetzt mittlerweile zurechtfinden mit dem, was wir die letzten vier und halb Jahre hier verbreitet haben, wo wir gestanden sind. Aber ich bekomme zehnmal so viele Nachrichten darüber. Karl Michael, ich bewundere deinen Mut. Und weißt du, was ich immer sage? Welcher Mut. Ich bin ein Jesus-Nachfolger. Entweder ich bin einer oder ich bin keiner. Wo bin ich da mutig? Wo bin ich mutig, wenn ich das sage, was mir vorgegeben ist? Ich bin doch nicht mutig. Das sollte normal sein, dass wir stehen. Sollte ganz normal sein. Nicht, oh, du bist so mutig. Nur weil die anderen so feig sind? Nein, die anderen sind feig. Wir sind nicht mutig, wir sind normal. Wir waren die Normalen. Wir sind die Normalen. Wir, die wir denken, es gibt Mann und Frau und kein drittes Geschlecht. Das ist normal. Das zu sagen, ist nicht mutig, das ist normal. Das andere ist krank und feig. Und hat mit Politik gar nichts zu tun. Überhaupt nicht. Richtig? Gar nichts. Woher kommt es euch heute? Keine Ahnung. Du bist nicht, was du fühlst. Glaub mir. Du bist, wer du bist. Und als Pastor möchte ich Folgendes sagen. Jetzt werde ich ein bisschen sanfter, ganz kurz. Als Pastor mit einem pastoralen Herzen möchte ich sagen, du hast eine Perspektive, du hast eine Sichtweise, du hast eine Wahrnehmung, die ist legitim. Hast du mich ja, die ist legitim. Du hast was erlebt. Du hast eine Wahrnehmung. Du hast eine Geschichte. Und das, was du durchgemacht hast, ist real und berechtigt. Jeder von uns hat eine Geschichte. Die darfst du auch erzählen. Aber das, was du erlebt hast und das, was du fühlst, entspricht nicht der absoluten Wahrheit. Da ist ein Unterschied. Ich habe Dinge in meinem Leben erlebt, die habe ich so wahrgenommen. Die waren sehr schmerzhaft. Ich hatte Gefühle. Aber unterm Strich sind die Gefühle legitim. Wenn jemand uns verletzt, ist das legitim, verletzt zu sein? Ist es legitim, sich verletzt zu fühlen? Ja oder nein? Ist es legitim, den Gedanken zu haben? Ich zeige es dem. Ich lege dem eine auf. Ist es legitim, den Gedanken zu haben? Aber muss man danach handeln? Nein. Sieh, deine Geschichte ist legitim. Du wurdest missbraucht, vergewaltigt, du wurdest verlassen, dir wurde das Unternehmen gestohlen oder was auch immer. Deine Gefühle sind legitim, aber verwechsel bitte nicht deine Gefühle, deine Gefühlswelt, deine Wahrnehmung mit der absoluten Wahrheit. Da ist ein Unterschied. Aber Pastor, ich habe doch immer wieder gehört, folge deinem Herzen. Einer der schlechtesten Ratschläge, die dir jemand geben kann, ist folge deinem Herzen. In Jeremiah 17, Vers 9 steht, abgründig ist das menschliche Herz, beispiellos und unverbesserlich. Wer kann es durchschauen? Haben wir ein gutes Herz? Sind wir im Grunde gut? Kommt drauf an, wie du das meinst, aber die Wahrheit ist, wir brauchen ein erlöstes Herz. Ohne Gott, ohne ihm, in uns sind wir nicht gut. Denn unser eigenes Herz, hörst du mir zu, unser eigenes Herz führt uns immer wieder und immer wieder und immer wieder in die Irre. Ja oder nein? Wem hat sein Herz schon in die Irre geführt? Ein Gefühl, ein Gedanke. Ja, du dachtest etwas. Es gibt ein wunderbares Zitat, nämlich das lautet, Glaub nicht alles, was du denkst. Ein Gedanke ist ein Gedanke, nicht mehr und nicht weniger. Und ein Gefühl ist ein Gefühl und nicht mehr und nicht weniger. Es ist nicht die Wahrheit. Und deine Sichtweise, meine Sichtweise, unsere Wahrnehmung ist nicht dasselbe wie Wahrheit. Da ist ein Unterschied. Das heißt aber nicht, dass deine Wahrnehmung nicht legitim ist. Du darfst Dinge anders sehen. Du darfst Schmerz spüren. Du darfst Gefühle haben. Du darfst verletzt sein. Du darfst auch, wenn du Rapid-Fan bist, glauben, das war ein Elfmeter, wenn es keiner war. Du darfst das glauben, aber es ist nicht die absolute Wahrheit. Richtig? Interessant, wenn man den Rapid-Spieler fragt und den Sturmspieler fragt, kann man zuerst in die Antworten. Es war ein Elfmeter. Nein, es war keiner. Und nicht einmal der Schiedsrichter hat die absolute Wahrheit. Das heißt, es ist ein Unterschied zwischen den Dingen, wie wir sie wahrnehmen. Ist es legitim, dass ein Rapid-Anhänger sagt, es war ein Elfmeter? Ist das legitim? Als Fan, als Fan, dass du alles fasst. Aber die andere Seite wird es anders sehen. Wir müssen verstehen, es ist legitim. Sag einmal legitim. Es ist absolut okay, dass du gewisse Dinge so siehst oder so betrachtest oder so wahrnimmst. Aber bleib offen und erkenne, meine Sichtweise, meine Perspektive, meine Wahrnehmung ist nicht unbedingt die absolute Wahrheit. Das ist der große Unterschied. Warum weißt du, dass das stimmt? Jeder hier weiß, dass das stimmt. Warum weißt du das? Weil deine Gefühle lügen. Immer wenn deine Gefühle, deine Wahrheit, deine Wahrheit bestimmen, kommst du in Schwierigkeiten. Weil Gefühle lügen. Wenn mich jemand im Verkehr abschneidet, ich bin der bravste Autofahrer auf dieser Welt. Wer es glaubt, wird selig. Lange bevor ich Pastor war, war ich einmal ein richtiger Mann. Das heißt, wenn mich jemand abgeschnitten hat im Verkehr, da gibt es ein paar Geschichten, auf die bin ich nicht stolz, aber bis heute möchte ich solchen Menschen gerne die Hände auflegen. Wahrheit Nummer zwei. Was ist die erste Wahrheit? Nur weil du etwas glaubst, ist es noch lange nicht wahr. Wahrheit Nummer zwei. Seine eigene Wahrheit zu haben, ist sehr gefährlich. Wenn du deine eigene Wahrheit hast, ist das sehr gefährlich. Wenn Wahrheit nicht konstant ist, wenn Wahrheit sich verändert, wenn Wahrheit relativ ist, wenn Wahrheit subjektiv ist, wenn für dich Wahrheit relativ und subjektiv ist, dann rutscht du einen Abhang hinunter im Leben. Glaub mir das. Früher oder später kommst du an. Und rein logisch betrachtet, vier Punkte habe ich mir aufgeschrieben. Wenn Wahrheit relativ ist, sich verändert, subjektiv ist, dann gibt es erstens keine absoluten Wahrheiten, die für alle Menschen gelten. Ich glaube, dass es absolute Wahrheiten gibt, die für alle Menschen gelten. Ich gebe euch einen Beweis. Schwerkraft. Und wenn du sagst, ich fühle mich als Vogel und ich gehe auf den Donauturm bei 170 Meter über dem Erdboden, ich sage dir, du kommst unten an. Aber schneller, als du glaubst. Richtig? Warum? Weil es ein Gesetz gibt, das nennt sich Schwerkraft und egal, was du in deinem Schädel hast oder wie du dich fühlst oder wie stark du glaubst, dass du bist oder ein Superman-T-Shirt an hast, völlig egal. Du kommst unten an. Schneller, als du glaubst. Und du wirst tot aufwachen. Es ist doch so absurd. Allein die Schwerkraft, allein alle Gesetze, die Gott uns gegeben hat in dieser Welt, sollte uns zeigen, es kann nur eine Wahrheit geben. Es kann nicht deine und meine Wahrheit geben. Oder meine Schwerkraft ist so und so schwer und deine ist so und so schwer. Jetzt gehen wir beide am, da gibt es einen Witz übrigens. Burgenländer-Witz. Kennst du den? Ein Burgenländer und ein Wiener gehen am Stephans-Turm auf und springen beide auf. Wer kommt als unten als Erster an? Ja, der Wiener natürlich. Der Burgenländer verfliegt sich. Das war eigentlich ein Mühlviertler-Witz, aber ich bin ja einer, das geht nicht. Es gibt absolute Wahrheiten, die für alle Menschen gelten. Auch wenn es keine, wenn Wahrheit sich verändert, wenn Wahrheit und so auswechselbar ist, deine Wahrheit, meine Wahrheit, dann gibt es keine allgemeingültesten Gesetze und Wahrheiten. Das Zweite, dann ist Moral subjektiv, weil wenn Wahrheit relativ ist, dann ist auch richtig und falsch relativ. Für dich ist Lügen richtig, für mich ist es falsch. Stehlen ist für mich vielleicht richtig und für dich falsch. Es ist alles relativ. Ein guter Freund von mir in der Highschool wurde beim Stehlen erwischt. Legendäre Antwort in der Highschool. Hast du gestohlen? Nein, ich habe nur ausgeborgt. Legendär. Bis heute, der ist in die Geschichtsbücher unserer Privatschule eingegangen. Der ist dann auf andere schiefe Bahnen gegangen noch. Aber er hat gesagt, ich stehle grundsätzlich nicht. Ich borge mich nur auf unbestimmte Zeit aus. Man kann die Welt, wer weiß, man kann die Welt sehen, wie man will. Und das ist wirklich das Problem. Moral ist subjektiv, weil richtig und falsch auch relativ sind. Dann bestimmt meine Wahrnehmung, was wahr ist. Und ganz, ganz schlimm, ich bin die Quelle der Wahrheit. Und wenn ich die Quelle der Wahrheit bin, dann nennt man das, ich spiele Gott. Punkt. Wenn ich die Quelle meiner Wahrheit bin, dann bin ich mein eigener, kleiner Gott. Und es gibt an Gott, nur du bist das nicht. Da ist meine Wahrheit. Du darfst deine Wahrheit haben und du darfst meine Wahrheit nicht in Frage stellen. Und ich habe mir Gott darüber Gedanken gemacht, während ich das vorgelesen habe. Wenn es stimmt, dass Wahrheit und richtig und falsch relativ ist und subjektiv ist, dann brauchen wir auch keine Gerichte mehr, keine Richter mehr, keine Säle mehr. Denn dann kannst du mit du umbringen, wenn du willst. Dann, hey, wo kommen wir da hin? Es muss Klarheit geben zwischen richtig und falsch. Ja oder nein? Es gibt Wahrheit. Der Apostel Paulus warnt uns bezüglich der Gefahr dieser Art zu denken. In 2. Timotheus 4, Vers 2 bis 4 steht folgendes. Er sagt zum jungen Timotheus, verkündige das Wort Gottes, tritt dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, warne und ermahne sie, verliere dabei aber nicht die Geduld, also sei geduldig mit ihnen, liebe sie und unterweise sie gründlich. Diesen Vers habe ich heute von der Predigt zehnmal gelesen. Ja, ich wollte euch heute das Wort Gottes sagen, ob es euch passt oder nicht. Ich wollte euch ins Gewissen reden. Warnen und ermahnen, ja natürlich, mit Geduld und Liebe hoffentlich und gründlich. Ist das richtig? Ich finde, es ist das Beste. Hey, wenn du einen Menschen in deinem Leben hast, der dir die Wahrheit sagt, das ist kostbarer als zehn Freunde, die nur sagen, was du hören willst. Ja oder nein? Ein Mensch, der dir sagt, was sie denkt, was er denkt. Viel, viel wichtiger. Verkündige das Wort, nicht Gefühle. Verkündige das Wort, nicht political correctness. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden. Hallo. Und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen. Hallo. Die ihnen nur das sagen, was sie gern hören wollen. Hallo. Weißt du, ich dachte früher, der da vorne ist schuld, wenn er am Blödsinn verzapft. Und ich sage dir, das stimmt, das ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, jemand, der was verzapft, braucht auch die entsprechenden Zuhörer, die willig sind, diesen Schwachsinn zu hören. Weil wenn es keinen Morgz dafür gibt, dann stirbt es. Wenn niemand mehr Lügen abkauft, dann wird es bald keine Lügenerzähler mehr geben. Lügen sind deswegen so populär, weil so viele die Lügen hören wollen. Die Zuhörer sind genauso schuldig wie die Vortragenden, die Redner, die Politiker. Es ist nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Wenn es Menschen gibt, die nur hören wollen, was sie hören wollen, umso mehr Redner und Prediger gibt es, die nur mehr predigen, was die Menschen hören wollen. Ja oder nein? Ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und lieber Leute, wir müssen umkehren. Ob du Christ bist oder nicht, wenn unsere Welt so weitermacht, dann gehen wir auf eine Zeit zu, die kannst du dir nicht vorstellen. Glaub mir das. Und wir Christen haben die Aufgabe, Licht der Welt zu sein. Wir leuchten in der Finsternis. Wir sind das Salz der Erde. Wir sind die Würze. Und vor allem Salz hat etwas ganz Wichtiges gehabt. Es war ein Konservierungsstoff. Ohne uns wäre diese Welt schon längst im Eimer. Wir sind Christus in dieser Welt. Halleluja. Jetzt haben wir noch eine Woche. Vor der Wahrheit werden sie dann die Orange verschließen und sich stattdessen mit Legenden und Spekulationen abgeben. Sie jagen Mythen hinterher. Sie jagen Spekulationen hinterher. Warum? Was wir hören wollen, ist viel leichter zu verdauen, als was wir hören sollten. Warum weiß ich das? Ich bin 33 Jahre verheiratet. Sag mir mal was Nettes vielleicht. Kannst du mir was Nettes auch einmal sagen? Wer kennt diesen Satz? Niemand von euch. Es ist zu heilig. Vor allem wir Männer. Wir leiden ja ständig. Die Frau will uns ständig Gutes. Sie will uns korrigieren. Sagst du mir was Nettes auch einmal? Die Frau weiß, das was ich hören muss, ist wichtiger, als was ich hören will. Wenn dir jemand Unrecht tut, also Wahrheit Nummer drei. Was wir hören wollen, ist sehr oft ganz anders, als was wir hören müssen. Wenn dir jemand Unrecht tut, was du hören willst ist, du hast recht. Was dir angetan wurde, ist so böse. Und das mag stimmen, ja oder nein? Ja. Aber was du hören sollst ist, vergib. Du sollst vergeben. Das hat nicht nur, das sagt nicht nur der Karl Michael, das sagt vor allem Jesus und das sagt vor allem der Paulus. Was wollen wir hören? Ja, hast eh recht. Zeig sie ihm. Wir haben das gehabt, öfters hier in der Oase, was um Scheidung ging. Und da wurde wirklich im Freundeskreis geraten, zeig sie ihm, zeig sie ihm, zeig sie ihm, lass dich scheiden. Unser Rat war ein anderer. Such den Weg, der Wiedergutmachung, der Versöhnung, wenn es möglich ist, der Vergebung. Denn so einen Kampf zu gewinnen, macht euch nur stärker. Und die Liebe wird größer. Und Scheiden kannst du morgen auch noch lassen. Wie mein guter Freund, der Eugen Daniel, darüber immer sagt, das Handtuch kannst du morgen auch noch werfen. Wenn du etwas tust, was nicht richtig ist, was du hören willst, ist, machen eh alle. Passt schon. Was du hören solltest, ist, nein, mach es nicht. Dein Körper ist ein Tempel des heiligen Gottes. Du sündigst gegen Gott, er macht ja eh jeder heiz. Das möchtest hören. Richtig? Wo führt das hin? Desaster. Du willst hören, schauen eh alle, ein bisschen Porno, ich tue ja eh nichts. Ich schaue nur hin und wieder ein bisschen rein. Ein bisschen schauen schadet nicht. Ich tue ja eh nicht weh. Was du hören solltest, ist, diese Sucht ist eine größere Sucht wie Heroin und kann dein Leben absolut zerstören. was du hören willst, ist, du kannst ja nichts dafür. Es ist eh nicht deine Schuld. Ich kann mich, du brauchst dich nicht ändern oder du sagst dir selber, ich kann mich eh nicht verändern. Was du hören musst, ist, übernimm trotzdem Verantwortung. Wer die Verantwortung übernimmt, hat die Macht. das, was du erlebt hast und das, was du fühlst, bestimmt nicht, wer du bist. Du bist nicht, was dir jemand angetan hat. Du bist nicht, was jemand andere über dich sagt. Du bist nicht, was du fühlst. Du bist, was Gott sagt, dass du bist. Du bist ein Kind Gottes. Du bist voll des Heiligen Geistes. Du bist stärker, weil der Größere in dir lebt. Der, der in dir lebt, ist stärker und größer als der, der in der Welt ist. 1. Johannes 4, Vers 4. Wahrheit Nummer 4. Wir kommen auf die Zielgerade. Wahrheit ist nicht nur etwas, was wir glauben. Wahrheit ist jemand, dem wir folgen. Wahrheit ist eine Person. Johannes 4, 14, Vers 6, wo Jesus seinen Jüngern gesagt hat, er geht jetzt weg und dann hat der Thomas gesagt, wir kennen den Weg nicht und Jesus sagt, doch, ihr kennt den Weg, ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Er ist nicht ein Weg, er ist der Weg. Er ist nicht eine Wahrheit, er ist die Wahrheit. Jesus ist Liebe und Wahrheit und diese Exklusivität Jesus ist für viele Menschen in der heutigen Zeit ein Problem. Sie glauben an den liebenden Jesus, an den exklusiven, aber an den exklusiven, wahrhaftigen Jesus, da haben sie dann ein Problem. Johannes 1, Vers 14, er das Wort, Gott wurde Mensch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater ist, voll erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit oder Liebe und Wahrheit. Kann er wirklich die Wahrheit sein? Hat jemand das Recht zu sagen, dass er die Wahrheit ist? Ja, wenn es wahr ist, schon, oder? Wenn es wahr ist. Ich meine, es gibt eh nur drei Möglichkeiten. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit, ich bin Gott, ich bin der Sohn Gottes. Bevor Abraham wurde, bin ich, ich bin der Allmächtige. Unwiderlegbar hat er es gesagt. Es gibt drei Möglichkeiten. Erstens, es ist wahr. Zweitens, er ist ein Scharlatan, ein Lügner. Oder drittens, er ist geistesgestört. Man überlegt dir, wenn das heute jemand sagen würde, ich bin die Wahrheit, ich bin der Messias, was würdest du tun mit diesem Menschen? Die Klapsmühle rufen, oder? Übrigens, wir hatten jemanden hier einmal vor Jahren, der hat gesagt, er ist Jesus. Und vor ein paar Monaten ist er zurückgekommen, hat sich entschuldigt bei uns, dass er jetzt zum Glauben an Jesus gekommen ist. Es war schräg, die Bernadette kann euch da mehr erzählen. Es war richtig schräg. Der hat begonnen auszuschauen, wie so ein angeblicher Jesus und hat gesagt, ich bin Jesus. Wer weiß, es gibt einen Gott, aber du bist das nicht, der ist auch nicht. Ist es nicht so, dass wir ständig probieren, Gott zu spielen? Aber wir sind nicht gut darin. Jesus ist die fleischgewordene Wahrheit. Also fassen wir zusammen. Wenn ich denke, dass etwas wahr ist, wenn ich fühle, dass etwas wahr ist, wenn ich möchte, dass etwas wahr ist, aber es ist das Gegenteil von Gottes heiligem Wort, dann ist es nicht wahr. Amen. Es ist nicht wahr. Wenn Jesus sagt, es ist nicht wahr, ist es nicht wahr. Wenn die Bibel sagt, es ist nicht wahr, ist es nicht wahr. Und hier ist die persönliche Anwendung für uns alle. Ein Satz, der die ganze Predigt ausmacht. Wenn die Wahrheit Jesu anders ist, als das, was du glaubst, dann kreuzige deine Wahrheit und lebe ab jetzt nach der Wahrheit. Paulus hat gesagt, kreuzigt euer Fleisch. Wer kennt diesen Vers? Kreuzigt euer Fleisch. Der Mitter hat nicht gemeint, das doch. Nein, er hat gemeint, unsere ganze Denkweise, unsere ganze Fleischlichkeit sollten wir ans Kreuz haben. Wie wir denken, wie wir fühlen, das sollten wir gefangen nehmen und es unter den Gehorsam Christi bringen. Wenn die Wahrheit Jesu anders ist, als das, was du glaubst, dann kreuzige deine Wahrheit und lebe ab jetzt nach der Wahrheit. Lasst es wirken, bitte. Sieh, die gesamte Menschheit hat so begonnen. Genesis 1, Vers 1, Genesis 3, Vers 1 bis 6. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft es davon nicht essen? Ah, Gott weiß, dass wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Und wenn die Eva heute leben würde, hätte sie gesagt, ich habe meine eigene Wahrheit, ihn nimmer. und der Adam hat auch gesagt, ich habe auch meine eigene Wahrheit, ich nehme von ihr. Wir haben unsere eigene Wahrheit. Das hätten sie gesagt. Ich will, ich möchte, ich fühle mich danach. If it makes you happy, do it. Ist ein Erste-Klasse-Ticket ins Nirgendwo. Gehen wir jetzt zum Abschluss zurück zu Pilatus, mit dem ich begonnen habe. Was hat Pilatus gefragt? Was ist? Wahrheit. Pilatus muss eine Entscheidung treffen. Er muss eine Entscheidung treffen zwischen zwei Männern. Jesus und Barabbas. Pilatus war nicht besonders populär. Pilatus wusste und seine Frau hat ganz schlecht geschlafen, hat ihm gesagt, mach ja nichts mit diesem Mann, ich habe ganz, ganz schlecht geträumt. Pilatus wusste, dieser Mann hat nichts Falsches getan, aber er hatte Angst. Und in Vers 38 steht, Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr aber habt eine Gewohnheit, dass euch am Passafest, jedes Jahr, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Wollt ihr Jesus frei haben? Da schrieben sie wieder alle und sprachen, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Die Volksmenge entschied sich für Barabbas. Sie entschieden sich für Barabbas. Die Volksmenge, die Gesellschaft entschied sich für den Lügner, für den Dieb und den Mörder. Liebe Leute, wenn du nicht siehst, wie relevant das heute ist, dann wach auf. Die Entscheidung heute ist immer noch Jesus oder Barabbas. Hast du mich? Das ist die Entscheidung heute. Und was macht die Masse? Denkt darüber nach. Warum hat Pilatus Barabbas freigelassen? Weil er überzeugt war? Nein. Weil das alle wollten. Die Volksmenge wollte den Lügner. Die Lüge. Die Masse muss wohl Recht haben, nicht wahr? Wenn du heute denkst, ich bin verurteilend, dann hast du keine Ahnung. Ich sage dir in Liebe, du hast keine Ahnung. Ich bin nicht verurteilend. Mein Herz der Liebe ist groß für eine Welt, wo Jesus in den Menschen regiert. Ich weiß, was Lüge anrichtet. Ich weiß, was Gefühle, die falsch dirigiert sind, die falsch ausgerichtet sind, was die anrichten. Ich weiß, was Lug und Trug und all diese Sachen tun im Leben eines Menschen. Ich habe es immer wieder gesehen, ich habe es in meinem Leben gesehen, was ein falscher Weg anrichtet. Aber glaub mir eines, die Entscheidung für dich in dieser Welt ist, Jesus oder Barabbas? Der Lügner, der Dieb und der Mörder. Ist übrigens interessant, das ist genau wie Jesus den Teufel beschreibt in Johannes 8. Er nennt ihn Erzlügner und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben in Fülle, aber der Dieb kommt nur, um zu stehlen, schlachten und umzubringen. Barabbas war der andere Geist. Ich verstehe, dass Wahrheit herausfordernd ist, das verstehe ich, aber es sagt nicht, ich bin verurteilend. Nein. Die Wahrheit wird dir immer auf die Zehen steigen. Und wenn einige unserer Zuschauer, ich meine, ihr seid sehr mutig und stark, ihr haltet das aus, was ich sage. Aber wenn du in einer Gemeinde bist oder warst, wo rumgetanzt wird und dir nie auf die Zehen gestiegen wird, dann wird nicht gescheit predigt. Punkt. Dort, wo gescheit predigt wird, wird einer auf die Zehen gestiegen. Ja oder nein? Die Wahrheit ist herausfordernd. Und wir leben in herausfordernden Zeiten und wir brauchen eine herausfordernde Botschaft. Ja oder nein? Also es sagt nicht, ich bin verurteilend. Ich weiß, Lüge ist einfacher. Es ist immer leichter, mitzumachen bei der Masse. Für Barabbas zu schreien war viel leichter. Kreuzige, kreuzige, kreuzige ihn war viel leichter. wie zu sagen, hey, gib uns Jesus frei, er hat nichts getan. Was war leichter? Übrigens, eine Woche vorher haben sie alle Hosianna geschrien. Es ist eingezogen in Jerusalem, Hosianna, 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 der König ist da. Und wenige Tage später, es ist nicht so ausgegangen, wie sie gedacht haben, plötzlich kreuzigt ihn. Leute sind, wer weiß, Leute sind so. Zuerst loben sie dich und dann machen sie dich nieder. Das ist ganz normal. Du musst wissen, für was du stehst. Wenn du nicht weißt, für was du stehst, fällst du für alles. Wenn du nicht weißt, für was du stehst, fällst du für alles. Du gehst allem auf den Leim. Du gehst dem nächsten Märchen auf den Leim. Du glaubst, Medien sind zur Berichterstattung, oder? Wahrheit, richtig? Hä? Geht's noch? Gibt's ein paar gute? Vielleicht. Aber Medien sind Geldmaschinen. Die haben Agenten, die haben Lobbys. Die sagen nicht, was dir gut tut, sondern die sagen, das was ihnen hilft. Meine Güte. Das kann man über jeden Politiker auch sagen übrigens. Über jeden. Und da gibt's wieder Nuancen zwischen Menschen besser und weniger besser. Die Lüge ist einfacher. Barabbas zu schreien war einfacher. Interessant, Hoseaner haben die gleichen Leute geschrien. Warum? Weil es die Masse ist. Wann verstehen wir endlich, dass Masse nicht gleichbedeutend ist, mit Recht haben? Wer weiß das? Meistens ist die Wahrheit und Weisheit, wie viele weise Menschen kennst du jetzt ehrlich? Ich kenne ganz wenig weise Menschen. Wenig. die sind ganz selten. Ganz selten. Und die Wahrheit ist eher selten geworden statt im Überfluss. Lügen ist einfach, also Lüge zu glauben ist einfacher. Alles ist okay, es ist bequemer, es ist komfortabler, es ist angenehmer. Und deshalb ist deine Wahrheit so attraktiv. Weil sie dich tun lässt, was du willst. Und alle geben dir Recht. Aber Gott versteht mich doch. Ja. Zu mir hat er immer gesagt, der Eigen kennt ihn gut, der lebt wie der Teufel in Person, wirklich, muss man ganz klar so sagen. Er hat gesagt, ich habe einen Deal mit Gott. Was er gemeint hat? Er hat mit Gott sie ausgemacht, dass er lebt, wie er will. Und ich habe ihn dann gefragt, weiß Gott von deinem Deal mit ihm? Es gibt keine Deals mit Gott außerhalb von dem. Gott hat keinen Sonder-Deal mit dir. Er hat keine Sonderbotschaft für dich. Er hat auch heute nicht unter der Dusche mit dir gesprochen. Oder gestern beim Einschlafen. Außer du hattest die Bibel offen und warst im Gebet. Dann spricht er mit dir. Aber wie? Aber dass er so etwas sagt, Na ja, wir machen uns das schon aus, gemeinsam. Aber nur du weißt davon, sonst niemand. Der Herr hat gesprochen. Meine Güte, weil ich das schon herkriege, alle Zustände. Gott versteht, ja er versteht dich. Und er versteht auch, du bist nicht deine Gefühle. Jesus ist die liebende Wahrheit. Eine Wahrheit, die nicht verurteilt, eine Wahrheit, die frei macht. Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ist Wahrheit wichtig? So, so wichtig. Und nur weil es wahr klingt oder sich wahr fühlt, ist nicht unbedingt die Wahrheit. Ich möchte noch mal, aus meinem pastoralen Herzen sagen, du hast eine Geschichte, ich habe eine Geschichte. Wir haben alle erlebt, Erlebnisse und Wahrnehmungen und wir haben alle Dinge erlebt und die Schmerzen. Wir haben Gefühle. Das ist legitim, sagen wir legitim. Ist okay. Ist okay. Aber verwechsel diese Gefühle nicht mit absoluter Wahrheit. Du bist nicht deine Gefühle. Du bist nicht, was du erlebt hast. Du bist kein Verlierer, weil du verloren hast. Du bist ein Kind Gottes, geliebt von ihm. Und weißt du, warum Gott gegen Sünde ist? Weil er für dich ist. Weißt du, warum Gott gegen Lüge ist? Weil er für dich ist. Nur die Wahrheit macht uns frei. Seine Liebe ist so groß und deswegen sagt er uns genau, was Sache ist. Und noch einmal, wenn dir das heute abstoßend, zum Ab, wenn du heute ein bisschen dagegen gestoßen hast, dann brauchst du genau diese Worte, diese Botschaft. Denn deine Wahrheit führt auf den Holzweg. Die Wahrheit, die Jesus ist, führt zu einem Leben voller Fülle. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, wir haben Herausforderungen, wir haben auch Herausforderungen in unserem Leben. Das Leben ist nicht leicht, richtig? Aber wenn ich meine Frau mich anschaue heute und sie zu mir sagt, schau, was aus uns geworden ist, seit wir uns mit 16 und 18 kennengelernt haben. Schau, die Kinder und Kindeskinder, wir haben zumindest ein Gebot erfüllt. Seid fruchtbar und vermehret euch. Da ist ein Segen drauf, wenn man kann, wenn man nicht alle können, ich weiß, das ist traurig. Dann tu was anderes, aber folge Jesus, folge der Wahrheit und da musst du sagen, now what makes me happy, but what makes me really joyful. Gehorsam macht Freude. Deine Wahrheit führt dich nicht zum Glück. Wenn es falsch abgebogen ist, komm wieder zurück auf die Straße. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Stehen wir gemeinsam auf. heute habe ich euch ein bisschen geprügelt, gell? Danke, Jesus. Halleluja, ich habe euch lieb, wirklich. Vater im Himmel, ich danke dir, ich lobe dich und preise dich. Ich danke dir für deine unendliche Güte und Gnade. Jesus, du bist Wahrheit und Gnade, Wahrheit und Liebe. Du hast das Beste für uns geplant. Das ist nicht nur, was uns quasi glücklich macht, sondern was uns erfüllt, was uns in die Freiheit führt, was uns wahrlich frei macht. Das ist dein Plan für unser Leben. Ich danke dir für diese Menschen, die du mir anvertraut hast, die du uns anvertraut hast und die vielen, vielen anderen, die nicht da sind, die zu Hause sind oder unterwegs. Ich danke dir. Es ist eine große Verantwortung, große Verantwortung, Herr, deine Wahrheit den Menschen zu bringen. Du bist die Wahrheit. Ich möchte heute nicht wie sonst, wo ich zuerst zu denen spreche, die noch nicht glauben. Ich möchte zuerst die ansprechen, die bereits glauben. Wer hat heute gemerkt, da ist noch ein bisschen was von deiner eigenen Wahrheit drinnen, wo du deinen Weg gehen willst, wo du sagst, ja, da muss diese meine eigene Wahrheit muss ich kreuzigen, die muss weg, ich möchte der Wahrheit folgen. Wer sagt, das ist bei mir noch da? doch viele, viele. Der soll ich aufzeigen? Ja. Es sind viele mehr, glaube ich, aber ich weiß, dass viele ihm innerlich zustimmen. Beten wir. Das ist dieses Gebet jetzt für Gläubige. Sag, Jesus, du bist die ultimative Wahrheit. du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich habe in manchen Bereichen meines Lebens noch meine eigene Wahrheit, an der ich festhalte. Heute habe ich verstanden, dass du die Wahrheit bist. Dass ich die Wahrheit brauche. und dass ich meine eigene Wahrheit diese Sichtweise aufgeben muss. Und das tue ich jetzt. Und ich strecke mich aus nach deiner Wahrheit. Es ist der Weg in die Freiheit. Mach mich vollkommen frei. In Jesu Namen. Amen. Wenn du Jesus Christus noch überhaupt nicht kennst, er ist tatsächlich das Leben. Er ist tatsächlich die Wahrheit. Er ist tatsächlich das ewige Leben. Er ist alles, was du brauchst. Er ist der Sohn Gottes. Und ich glaube an Jesus. Nicht, weil ich mir das einbilde, sondern weil ich die Fakten kenne, die Geschichte kenne, die Fakten, die für die Auferstehung sprechen, kenne. Es gibt so viele Beweise für das Leben Jesu, seinen Tod, seine Grablegung, seine Auferstehung. Es gibt archäologische Beweise, geografische Beweise, geschichtliche Beweise. Die Bücher von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes sind die best bestätigten und bezeugten Dokumente der Antike. Es gibt nichts solideres. Was da drinnen steht, ist Geschichte. Es ist so passiert, wie es drinnen steht. Er stand vor Pilatus, genauso wie es da drinnen steht. Es war ein Tag im Leben einer Stadt und eines Menschen. Er lebte, er starb, oder begraben ist, auferstanden. Und er hat gesagt, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Wenn du das möchtest, bitte mit mir, sag Jesus, ich empfange dich als meinen Erlöser. Sei mein Retter. Mach mich neu. vergeb mir alle meine Sünden. Du hast meine Schuld getragen. Du bist ein lebender Gott. Du bist die Wahrheit. Ich glaube an dich. Ich bekenne dich. Jesus, mein Herr, der auferstandene Sohn Gottes. Amen. 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 Ich bin so froh und auch so dankbar, dass du diese Botschaft bis zum Ende angeschaut hast. Ich hoffe, dass du viel Nutzen, viel Segen und viel Kraft für dein Leben und deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus daraus ziehen konntest. Wenn du nichts mehr von uns verpassen möchtest, dann bitte abonniere unseren Kanal OASE Church und aktiviere auch die Glocke und mach ein Gefällt mir unter jedes Video und auch jeder Kommentar, den du hinterlässt, hilft uns extrem. Bitte mach das. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, dann geh einfach auf oasechurch.tv Schrägstrich geben. Wir sind so dankbar für jede Unterstützung und du sollst wissen, dass wir ohne deiner Unterstützung niemals so viel bewegen können, wie wir bewegen könnten. Bitte unterstütze uns, danke dafür, es ist gewaltig, was wir bewegen können, wenn wir es gemeinsam tun. Möge unser Herr Jesus Christus mit dir sein, jeden Tag unseres Lebens. Bis zum nächsten